Wir starten endlich mit der Challenge und ich hatte gleich Pech. Ich habe nur eine Packung Kaugummi bekommen. Und ich habe noch viel mehr. Ich habe auch viel. Alex, da hast du wirklich Pech gehabt. Aber du kannst deinen Kaugummi als erster essen. Zumindest habe ich etwas Schönes. Ich mag Huba-Buba, besonders den Bubblegum-Geschmack. Hey, was machst du? Du bekommst den Kaugummi und ich muss den Müll aufsammeln. Nimm das. Aua. Komm schon, fluche nicht. Schaue die Blase an, die ich gleich aufblase. Wusstest du, dass du mit einer Blase spielen kannst? Aber man muss schon ein echter Meister sein, um das zu schaffen. Wow, das ist wirklich cool. Alex, du machst das toll. Aber jetzt bin ich an der Reihe, Kaugummi zu kauen. Zuerst entferne ich die Verpackungen. Ich kenne sogar einen Trink, der mir wirklich helfen kann. Wow, cool. Und jetzt ist es die Zeit, sie zu essen. Lippenabsaugung aktiviert. Oh, wow. Jetzt seht ihr, was eine wirklich große Blase ist. Ich kann nicht zulassen, dass sie eine Blase aufblässt, die größer als meine ist. Oh, no. Was hast du getan? Mein Gott, du hast nicht nur meine Blase zum Platzen gebracht, sondern auch meine Augenbrauen verschwinden lassen. Wie werde ich weiterleben? Du klebst sie wieder an. Okay, ich bin nur ein bisschen in Panik. Alles gut. Mila, dann bist du dran. Endlich. Um die Verpackungen loszuwerden, habe ich eine spezielle Maschine vorbereitet. Sehr praktisch. Und jetzt kann ich einzeln essen. Seid ihr bereit, eine wirklich große Blase zu sehen? Dann los geht's. Mila, hör auf, es ist zu groß. Was sollen wir jetzt tun? Wie kann man sie auf den Boden zurückholen? Ich habe eine Idee. Wir müssen die Blase mit einer Schleuder zum Platzen bringen. Alex, schieß. Warum ich? Denn sonst fliegt Mila ins Aal. Beeile dich. Drum, ich muss alles selbst machen. Vita, gute Arbeit. Du hast getroffen. Ich dachte schon, ich müsste mich mit den Vögeln anfreunden. Ich bin wirklich froh, euch zu sehen. Oh, nein. Na bitte, ich habe nur einen Granatapfel. Und ich? Ich habe zehn. Es gibt nicht mehr als bei mir. Naja, sieh dir meinen Stapel an. Meins schmeckt besser. Mila, du isst zuerst. Okay. Juhu. Ich mag Granatapfel sehr gerne. Schaut nur euch an, wie ein bisschen die Kernen darin aussehen. Die sind allerdings nicht sehr bequem zu essen. Aber ich habe immer eine Pinzette für diese kleinen leckeren Bissen dabei. Lecker, praktisch. Und man muss sich nicht die Hände schmutzig machen. Es ist besser, wenn ich die Kerne auf einen Teller lege und sie dann alle auf einmal esse. Ja, so schmeckt es viel besser. Genau, 100 Kerne. Das ist wirklich cool. Das bedeutet, dass es 100 Mal besser schmecken wird als vorher. Auch wenn ich nur einen Granatapfel gegessen habe, bin ich sehr zufrieden. Alex, du bist dran. Okay. Ich soll zuerst an das Leckerste herankommen. Einen Granatapfel zu schneiden ist zu einfach. Aber ihn aufzureißen? Wie furchtbar. Alex sieht jetzt wie ein Verrückter aus. Ein Verrückter zu sein ist nicht schmackhaft. Aber einen Granatapfel zu essen ist unglaublich. Alex hat nicht alle Tassen im Schrank. Das ist nicht so. Er esse nur einen leckeren Granatapfel. Das ist alles. Vita, eigentlich kannst du auch schon anfangen. Wirklich, es ist an der Zeit, dass ich meinen Haufen auch esse. Mila, ich brauche ein Messer. Hier, bitte. Awesome! Einfach Granatäpfel zu essen ist langweilig. Aber aus ihnen leckeren Saft zu machen, macht mehr als nur Spaß. Seht mal, ich habe eine Saftpresse. Wow, was für eine große Maschine. Ein großer Entsafter plus eine Menge Granatäpfel ergibt eine Menge köstlichen Granatapfelsaft. Seht ihn euch an. Er fläht mir geradezu an, ihn zu trinken. Hat es gut geschmeckt? Sehr gut. Vita, du hast jetzt Saft sogar auf dem Gesicht. Das ist kein Problem. Ich kann ihn leicht und einfach loswerden. Na bitte, ich habe nur eine Dose Cola. Ich habe noch mehr. Schau, wie viel Cola Smila hat. Ja, ja, seht mal, ich habe einen ganzen Ton von Cola-Dosen. Aber ich trinke trotzdem zuerst. Wenigstens habe ich in mancher Hinsicht Glück. Cola schmeckt immer gut. Es bringt auch danach den Magen immer zum Reden. Ich habe eine tolle Idee, wie ich alle meine Dosen Cola auf einmal trinken kann. Ich öffne sie und dann brauche ich einen speziellen Strohhalm, den ich vor einiger Zeit gemacht habe. Das ist eine gute Idee. Cola ist eben doch so gut. Aua, als würde jemand drinnen darum betteln, nach draußen zu gehen. Das ist ein mächtiges Gebrühen. Was hast du gedacht? Ich bin schließlich ein Junge. Und ich mag Pepsi lieber. Und ich habe eine Dose bekommen. Wie cool. Wozu? Es wird alles fallen. Na und? Lass es fallen. Wenigstens muss ich jetzt nicht mehr nach dem Gipfel greifen. Ich wette, ich kann alle Dosen Cola auf einmal trinken. Komm schon, wir glauben an dir. Hey, wirf nur nicht Müll nach uns. Ganz genau. Das sind Dosen. Es tut weh. Entschuldigung, ich kann einfach nicht aufhören. Mila, was ist mit dir passiert? Hast du deinen Bauch gesehen? Ja, es sind nur die Gase. Rette dich, wer kann. Das ist ein Notfall. Oh Gott. Oh, Mila, keine Cola mehr. Ja, ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr trinken. Warum habe ich nur eine Pizza? Weil ich die alle anderen habe. Nein, ich habe alle Pizzen. Seht euch an diesem Turm an. Oh mein Gott. Du hast eine riesige Pizzastange und ich habe nur eine. Das ist nicht fair. Hör auf zu jammern. Fang lieber schnell an zu essen. Ich hoffe, meine Pizza ist wenigstens die leckerste. Sie sieht auf jeden Fall leckerer aus als die anderen. Und das ist eine Menge Käse. Ich mag Käse. Hey, ich bin keine Mülltüte, in die man Reste werfen kann, oder? Ich bin ja ... ... Weißt du. Nimm das. Hey, warum kämst du? Ich habe es nicht mit Absicht getan. Ich möchte auch meine Pizzen essen. Allein ihr anblickt lässt mich sabbern. Ich habe einen Weg gefunden, schneller und bequemer zu essen, ohne mit den Händen schmutzig zu machen. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass jemand so etwas kann. Wie macht sie das? Die Pizzen sind gut. Da kann ich noch was drauflegen. Oh, was ist mit mir passiert? Ich glaube, du kommst mit den Pizzen nicht mehr zurecht. Aber wir könnten welche gebrauchen. Sehr lecker. Ich muss sofort zu meinem normalen Zustand zurückkehren. Puh, wo sind meine Pizzen? Wer hat sie gestohlen? Und wirklich, wer hat das gewagt? Ihr Diebe! Wie war denn sie es? Ich schäme mich überhaupt nicht, denn ich denke nur daran, meine Stapel Pizzen zu essen. Also gut, meine appetitlichsten Pizzen. Es ist Zeit, euch zu verschlingen. Vielleicht sollten wir sie nicht von unten essen? Komm schon, was kann da passieren? Das, wir haben es dir gesagt. Ja, es war ein echter Pizza-Fall. Warum werde ich auf diese Weiße bestraft? Ich hasse Knoblauch. Wer mag den schon? Ihr habt einfach Pech, denn ich habe nur einen Knoblauch. Komm an! Okay. Warum lachst du? Es stellt sich heraus, dass du die Erste sein wirst, die ihn isst. Einfach. Ich bin kein Feugling, also werde ich schnell mit ihm fertig, solange ich nicht kotzen muss. Ich glaube, ich habe meine Kraft beschätzt. Ich kann dieses Zeug nicht essen. Ich habe genug. Was nun? Du musst den Knoblauch ganz aufessen. Ich habe sogar ein besonderes Geschenk für dich. Eine Knoblauchspresse. Man kann den ganzen Knoblauch hineinstecken und in den Mund pressen. Ich will nicht. Das war keine Frage. Mach den Mund auf. So eklig. Jetzt ist es wie eine Katze in meinem Mund. Ihr habt verstanden. Oh, sogar ich kann es riechen. Was für ein Gestank. Es ist furchtbar. Gut, dass ich für solche Situationen immer Kaugimmel dabei habe. Danke sehr vielmals. Du brauchst nicht zu schüffeln. Und ich muss nicht leiden. Alex, du bist mit Knoblauch dran. Warum sollte ich ihn essen? Sieh mal, was für eine coole Halsketten man daraus machen könnte. Hör auf, herum zu albern. Du musst ihn trotzdem essen. Okay. Aber zuerst muss ich alles, was nicht nötig ist, loswerden. Ich habe eine riesige Vase dafür. Ein bisschen schütteln. Jetzt sind nur die Klobber auf Zähne geblieben, damit ich sie essen kann. Oh Mann, das ist das Ekelhafteste, was ich je in meinem Leben gekostet habe. Und ich habe verstanden, wie sehr mein Atem gestunken hat. Eine einfache Wäsche Klammer kann immer von jedem Beruf schützen. Und als ob das nicht schön genug wäre, muss man auch noch überall Lüfte frischer verspüren. Oh nein, das schützt nicht. Wir müssen die Quelle des Gestanks neutralisieren. Es hat geklappt. Aber versuch das nicht zu Hause machen. Denn Lüfte frischer ist sehr gefährlich. Aber ich rieche nichts in meinem Atem. Super. Julie, auf wen wartest du? Isst deinen Knoblauch schneller. Ich habe es gehasst, seit ich ein Kind war. Wenn ihr seht, wie mein Gesicht krün wird, helft mir. Bitte. Das ist ekelhaft. Sehr eklig. Warum beeilst du dich so? Ja, du hast genug Zeit. Damit kann ich den Knoblauch schneller loswerden. Wow, das ist mutig. Und was für ein Tempo. Julie, du machst das toll. Was ist das, du tust? Noch ein bisschen geblieben. Wow. Unglaublich. Alles? Kein Knoblauch mehr? Nicht einmal ich habe so gestunken. Julie, es tut mir leid, aber wir müssen sich isolieren. Oder wir werden alle ohnmächtig von diesem Gestank. Wofür? Hat geklappt. Endlich stinkt das Zimmer nicht mehr. Und ich fühle mich so viel besser. Hurra. Mann, kein Glück mit dem Tick-Tack. Ich bin der Glück-Pelz. Ich habe eine ganze Packung. Sieh mal, wer wirklich Glück hat. Ja, ich soll auch eines Tages einen Haufen Leckereien bekommen. Mia, du hast die wenigsten Süßigkeiten. Also kannst du anfangen. Ich glaube, ich kann ein Tick-Tack essen. Es ist kesslich, aber furchtbar wenig. Alex, du bist dran. Endlich. Gleich esse ich alles auch. Was ist hier los? Warum kommt nichts raus? Alex hat keine Süßigkeiten mehr. Nein. Es gibt nichts mehr. Jetzt ist es alles auf dem ganzen Tisch. Aber ich glaube, ich kann es schnell mit einem Strohhalm sammeln. Fertig. Julie, du bist die Einzige, die noch nicht gegessen hat. Ich habe nicht nur eine große Packung Süßigkeiten, sondern einen ganzen Haufen normaler Packungen. Es ist genug für alle. Nein, nein. Ich mag Tick-Tacks. Also werde ich schnell ein paar Dutzend Packungen essen. Mann, du hast nicht einmal mit uns geteilt. Das ist in Ordnung. Ich weiß, wie man eine Packung stellen kann. Und die Süßigkeiten sind unsere. Sofort anhalten. Schämt ihr euch nicht zu zählen. Es gibt keine Beweise. Du kannst nichts beweisen. Jetzt werde ich euch eine kurze Lektion erteilen. Julias Rache wird schrecklich sein. Hände hoch. Nehmt das. Wie ist das? Damit er weiß, wie meine Leckereien zu klauen. Milo, das sind eine ganze Menge Süßigkeiten. Beeile dich und fange sie. Richtig. Sehr lecker. Was? Ich habe keine Tick-Tacks mehr. Ich habe alles für Patronen ausgegeben. Aber du hast mit deinen Freunden... Ich war so hungrig und ich habe nur eine Pizza bekommen. Tut mir leid. Voll cool, dass ich viel mehr habe. Habt ihr diesen Turm gesehen? Schaut mal, das sind so viele Pizzen, dass die bis zum Himmel reichen. Diejenige, die am wenigsten Glück hatte, ist zuerst... Es ist Diana. Come on! Jetzt reicht's aber. Da gibt's nichts zu lachen. What? Ich weiß auch schon, wie ich die essen werde. Selbst wenn ich nur eine Pizza habe, bin ich trotzdem glücklich darüber. Schaut mal, wie lang sich der Käse zieht. Voll schön. Klasse. Wow. Die Pizza geht nur so auf der Zunge. Hey, sei doch vorsichtig. Pass auf, wo du den Müll hinwirfst. Wen interessiert das? Genug, jetzt hör auf. Das wirst du mir büßen. Ihr seid beides voll witzig. Okay, jetzt geht's aber an meine Pizza. Diana, du hattest recht. Die ist mega lecker. Ich hab eine Idee. Ich weiß, wie man die bequem essen kann, ohne sich die Hände dabei schmutzig zu machen. Man rollt sie einfach ein. Wow, das ist ja voll lecker und praktisch. Sieh mal, so geht das. Cool, nicht wahr? Wow, ich hätte gar nicht gedacht, dass man so viele Pizzen auf einmal sich in den Mund stecken kann. Natürlich geht das. Hehehe. What? Oh, hier ist was schiefgegangen. Oh, no, hey. Was soll ich jetzt bloß tun? Ach komm schon, mach dir keine Sorgen. Jetzt gehört der Rest deiner Pizzen uns. Hey, wo sind meine Pizzen hin? Hey. Ihr solltet euch schämen. Ihr habt sie einfach gestohlen. Ich liebe. Jetzt schrei uns nicht an. Wir hatten Hunger. Jetzt bin ich dran. Darauf habe ich so lange gewartet. Oh nein, der Turm fällt. Ganz genau. Aber das war lecker. Hier ist noch Salami übrig. What? Ein Tick-Tack? Aber das ist noch viel zu wenig. Ich habe eine ganze Schachtel. What? Schau mal, was Diana hat. Ja, schaut es euch an. Ich habe eine mega große Schachtel. Come on. Voll cool. Aber Ellie kann anfangen. Ich weiß schon. Mein Tick-Tack ist mit Coca-Cola-Geschmack. Ich liebe Cola. Ästlich. Aber viel zu wenig. Mary, jetzt bist du aber dran. Okay. Ah, ich bin immer bereit, was Leckeres zu essen. Wahoo. Hä? Was soll das? Ah, jetzt macht schon. Du hast deine Tick-Tacks verstreut. Oh no. Nichts dergleichen. Die mögen zwar auf dem Tisch verstreut sein, aber ich kann sie trotzdem essen. Oder aufsaugen. Ich bin begeistert. Diana, jetzt bist du dran. Ah, na endlich. Ich kann es kaum erwarten. Wow. Schaut mal, wie viel ich davon habe. Nein. Es ist köstlich. Hey, wieso teilst du nicht mit uns? Du hast doch so viele Päckchen. Teilen von wegen. Das ist so lecker. Das will ich am liebsten selber essen. Verdammt. Genau. Ich habe eine Idee, wie ich Diana mindestens eine Kiste klauen kann. Ohne, dass es jemand bemerkt. Wenn ich von dieser Seite aus zugreife, wird sie nichts bemerken. Hey, woher hast du das? Das sind doch meine Tick-Tacks. Na warte, jetzt könnt ihr was erleben. Das ist für euch. Please. Jetzt reicht. Bitte hör auf. Bitte. Beim nächsten Mal überlegt ihr euch zweimal, ob ihr mir mein Tick-Tack klaut. Moment mal, das sind doch Süßigkeiten. Ich kann die einfach mit dem Mund auffangen. Eine geniale Idee hast du da. Das ist für euch. Mist, mir ist die Munition ausgegangen. Wir hatten aber genug davon. Meine Güte, ist das Knoblauch? Sieht so aus. Gefällt mir gar nicht. Pech für euch, Mädels. Ich habe nur ein Stück Knoblauch. Also kannst du auch anfangen. Okay. Das wird schnell gehen. Schaut mal, wie ich ihn schäle. Oh, das ist ja voll cool. Ratz, ratz geht das. Oh nein. Gefällt mir gar nicht. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Weißt du, wie ich dir helfen kann? Du brauchst eine Knoblauchpresse. Mit ihrer Hilfe wird das Essen von Knoblauch weniger unangenehm sein. Komm schon, Lilly. Mach den Mund auf. Oh nein. Vielen Dank. Mach den Mund auf. Hey. Ich werde dir helfen. Na, gefällt es dir? Oh, das ist schrecklich. Das ist das Schlimmste, was ich je gegessen habe. Hey. Oh, was für ein Gestank. Jetzt müssen wir das Zeug riechen. Lilly, hier hast du ein Kaugummi. Oh. Cool. Oh, vielen Dank. Der hat definitiv geholfen. Als hätte ich den Knoblauch gar nicht gegessen. Okay, jetzt komme ich dran. Aber wisst ihr was? Ich will das nicht essen. Ich trage es einfach als Kette. Voll schön, nicht wahr? Nicht wirklich. Die Regeln will sagen, dass du den Knoblauch essen musst. Also genieß ihn. Okay. Ich hatte gehofft, dass die Idee mit der Kette funktionieren würde. What? Aber wisst ihr was? Hä? Ich habe eine bessere Idee. Um den Knoblauch schnell und gründlich zu schälen, musst du ihn in ein Glas geben und gut schütteln. Seht ihr? Shake it, shake it, shake it. Ist das nicht toll? Okay, jetzt kann ich es probieren. Boah, das schmeckt ja mega eklig. Als hätte ich einen ganzen Mülleimer auf einmal gegessen. Genauso riecht das jetzt auch. Ich weiß, was hier helfen kann. Wir brauchen dringend einen Lufterfrischer. Hier wird nichts helfen. Bis der Geruch aus meinem Mund verschwunden ist. Hey, verdammt. Was machen wir jetzt? Okay. Ich sprühe es dir einfach in den Mund. Das Spray ist alle. Naja, der Geruch ist auch weg. Ganz genau. Aber schmecken tut das auch nicht. Wie auch immer. Diana, jetzt bist du dran. Mädels, bitte. Verschont mich. Ich kann nicht den ganzen Haufen hier essen. Oh, doch. Das wirst du machen. Okay. Ich hoffe, ich muss nicht kotzen. Okay. Noch kann ich das aushalten. Ich bin ein starkes Mädchen. Ich muss das schaffen. Boah, ist das eklig. Du meine Güte. Sie isst den Knoblauch direkt mit der Haut. Der Wahnsinn. Noch ein kleines Stückchen. Ich muss das schaffen. Sei vorsichtig. Wirf doch nicht mit dem Müll nach uns. Ist mir egal. Ich hab's geschafft. Ich hab alles aufgegessen. Boah, wir ersticken noch gleich. Das riecht furchtbar. Ich weiß, was uns helfen kann. Wenn wir die Quelle des Gestanks abstellen, wird der Raum etwas besser riechen. Hey, ich kann nicht atmen. Hilfe. Äh, Diana, geht's dir gut? Hey. Ich hoffe, die lebt noch. Die ist bloß ohnmächtig geworden. Okay, mir geht's gut. Ich bin am Leben. Ich habe nur einen Lollipop. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich habe mehr Glück. Großartig. Alex, zieh dir nur meinen Anteil an. Im Vergleich dazu, verblasst du deine. Wow, ich kann es nicht glauben. Ich habe noch nie so viele Lollipops gesehen. Fangen wir klein an. Nun, ich bin nicht dagegen. Ich muss nur die Verpackung abnehmen. Du schaffst bis jetzt nicht gut. Ich gebe nicht. Ich gebe nicht auf. Hör auf zu lachen. Oh nein, ich habe meinen Lüttcher zerbrochen. Ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt möglich ist. Das Wichtigste ist, dass das Karamell intakt ist. Mehr brauche ich nicht. Mh, wie lecker. Das ist super. Wow, wie schnell du fertig geworden bist. Jetzt ist Alex dran. Fantastisch. Es ist Zeit für mich, mich zu erfrischen. Schaut, wie einfach ich die Packung abnehmen kann. Wow, ich kann was von dir lernen. Hört auf, kleinlich zu sein. Es ist an der Zeit, groß zu spielen. Ich möchte sie alle auf einmal essen. Was hast du vor, Alex? Hab keine Angst. Ich will einfach nur mein Karamell zerdrücken. Schau, es funktioniert. Es ist nicht mehr viel übrig. Oh, großartig. Wie stark bin ich? Es reicht, Alex. Wir haben Angst. Das war's, ich bin fertig. Jetzt müssen wir den Karamell in die Schüssel gießen. Wow. Das ist eine ganze Menge. Du hattest eine wirklich coole Idee. So, ich brauche einen ganzen Lutscher. Ich habe ihn nicht umsonst liegen lassen. Jetzt kann man sie in zerstoßenes Karamell tauchen und essen. Sehr praktisch. Schade, dass sie so schnell ausgegangen ist. Dann muss ich mir den Krümel eben in den Mund stecken. Nun, das ist auch nicht schlecht. Mh, viel lecker. Ich will nicht aufhören. Du hast die Hälfte davon über deinen Mund geschüttet. Mila, jetzt bist du dran. Ich brauche einen Staubsauger. Schalt ihn schnell ab. Ups, Entschuldigung. Ich habe es versehentlich in eure Richtung gelenkt. Ich brauche ihn, um die Verpackungen zu entfernen. Eine tolle Idee. Ich mag es auch. Jetzt kann ich ohne Hindernisse Lutscher essen. Wie passt das alles in deinen Mund? Unglaublich. Ich fürchte, dass wir ein böses Ende nehmen. Hey, bist du daus? Als hättest du recht gehabt, Alex. Die Lutscher stecken fest. Ich kann nichts tun. In Ordnung. Wir helfen dir. Halte dich fest. Vorsicht. Es tut mir weh. Oh, was ist das denn? Das ist der Kiefer von Mila. Was für ein Albraum. Schon gut. Ich habe es schon wieder eingebaut. Was ist das? Ich kann es nicht einmal sehen. Es sieht aus wie Maiskorn. Du hast wahrscheinlich recht. Ich habe ein paar davon. Sie haben überhaupt keinen Geruch. Ihr versteht es immer noch nicht, oder? Diese Kerne werden für die Herstellung von Popcorn verwendet. Aber ich weiß nicht, wie. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Ich habe eine Idee. Was wird, wenn wir es einfach knacken? Es funktioniert nicht. Es ist zu schwierig. Darüber müssen wir noch einmal nachdenken. Ein Haarglätter kann mir helfen. Ich glaube, es ist stark genug, um Popcorn zu kochen. Wie läuft es bei dir? Ich glaube, das dauert zu lange. Alex, lass uns spielen. Oder schlafen. Julia hat recht. Es ist zu lang. Wow, es hat also doch funktioniert. Oh, großartig. Leute, seht mal, wie süß das ist. Bravo, wir haben an dich geglaubt. Ich hoffe, ich habe nicht vergeblich gewartet. Oh ja, es ist sehr lecker. Jetzt du, Alex. Ich brauche etwas Ernsthafteres als dein Haarglätter, um meine Portion herzustellen. Ich denke, ein ganzes Bügeleisen reicht aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das klappt. Dein Weg befahl uns aufzusweifeln. Wow, ich habe es geschafft. Das war sehr schnell. Ja, du hast uns angenehm überrascht. Ich habe mir die Hand verbrannt. Es ist so heiß. Manchmal kannst du so ein Tollpatsch sein. Ich hoffe, Popcorn lennt mich von meinen Problemen ab. Fantastisch. Es ist wirklich lecker geworden. Wie soll ich eine so große Menge herstellen? Ich habe eine Idee. Wow, was ist das denn? Eine Popcornmaschine. Du hast wirklich noch nie einen gesehen? Ich erkläre euch, wie ich sie verwenden kann. Zuerst legt man einfach die Kerne hinein. Wow. Das ist genug für den Moment. Seht mal, es funktioniert. Mein Popcorn ist fertig. Das ist unglaublich. Ein wahres Wunderwerk der Technik. Ich denke, wir können mehr Körner hinzufügen. Die Portion ist zu klein geworden. Das ist eine andere Sache. So gefällt es mir viel besser. Super. Wir haben überall Popcorn auf dem Tisch. Es sind noch einige Kerne übrig. Ich benutze sie alle. Ich glaube, deine Maschine ist außer Kontrolle geraten. Das ist sogar besser. Ist das ein echter Krebs? Er sieht beängstigend aus. Ich habe sogar Angst, ihn anzufassen. Brr, Fussbar. Wenigstens hast du nur einen Krebs. Sieh dir meinen Teller an. Ich glaube aber nicht, dass wir Angst haben müssen. Diese Krebs sind überhaupt nicht gefährlich. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich mit dieser riesigen Menge fertig werden soll. Ich würde lieber Mila den Anfang machen lassen. Vielen Dank, Alex. Du bist ein echter Freund. Es scheint nicht so unangenehm zu sein, wie ich dachte. Wirklich? Oh ja, ich mag sogar den Geschmack davon. Ich bin bereit, Flusskrebs im Ganzen zu essen. Mh, lecker. Er hatte nicht erwartet, es zu mögen. Ehrlich gesagt bin ich auch ein wenig überrascht. Ja, es war köstlich. Mila, nach so einer Mahlzeit solltest du dir die Zähne putzen. Ups, das war peinlich. Mach dir nicht trau, so etwas passiert. Ich hoffe, ich kann auch mit meiner Portion umgehen, genau wie du. Okay, fange ich klein an. Ich versuche wenigstens, einen Bissen zu nehmen. Seltsam. Ich habe bemerkt, als ob der Krebs würde sich bewegen. Ich nehme besser einen anderen. Es ist gut, dass ich eine große Auswahl habe. Aber zuerst werde ich all das überflüssige Zeug lossen. Julie, ich erkenne dich nicht wieder. Was machst du denn da? Das ist gar nichts. Ich musste nur die Flusskrebs säubern. Das ist keine Rechtfertigung. Schau, was du mit uns getan hast. Tut mir leid, Leute, das wollte ich nicht. Okay, versuche es schon. Mila hatte recht. Es ist wirklich köstlich. Schade, dass ich nicht die größte Portion bekommen habe. Ich hätte es gerne gegessen. Ich habe wieder großen Appetit. Fantastisch. Leider, Mila, haben du und ich nichts mehr. Jetzt ist alles an der Reihe. Du bist ein großes Vorbild für mich. Jetzt bin ich bereit, es auch zu versuchen. Großartig. Wirklich köstlich. Können wir etwas von dir bekommen? Nein. Ihr habt eure schon gegessen. Dann gib uns wenigstens einen Flusskrebs pro Person. Jetzt reicht es aber. Ich habe Nein gesagt. Das soll mich nicht davon abhalten, es zu genießen. Mh, lecker. Wir sind wirklich hungrig. Wir bitten sich, uns eine Freude zu machen. Ich denke, es reicht völlig aus. Sehr lustig. Ein gieriger. Wir werden uns das für dich merken. Komm schon, sei nicht sauer. Ich habe nur Spaß gemacht. Oh nein, hier drin ist ein lebender Krebs. Mami, ich habe Angst. Baby, wie bist du hier reingekommen? Hey, bist du okay? Hilfe! Er hat mir in den Finger gebissen. Tu etwas! Wirf ihn nicht nach mir. Wie schmerzhaft. Wie schmerzhaft.